Wir haben das letzte Mal das komplette ultimative Turnier auseinandergerissen. Und heute stellen wir uns dem ultimativen Turnier Z. Und damit geht ihr, Leute, was geht. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das Vergessene Land. Lang, lang ist es her, ich weiß. Kirby, eine Sache soll ich dir noch über das ultimative Z noch verraten. Das ultimative Turnier Z findet in einem anderen Reich statt, in dem schweißtreibende Kämpfe mit schaurigen Gegnern auf dich warten. Dorthin kann ich dir leider nicht folgen. Was noch schlimmer ist, ich kann deine Leistungen im Kampf nicht kommentieren. Aber ich weiß, dass du das überstehen wirst. Nein, ich bin davon zeugt, dass du gewinnen wirst. Nicht umsonst bist du der Retter dieser Welt. Wir haben ja das letzte Mal dieses ultimativ krasse Schwert, mit dem wir Minibosse sowie Bonkers oder den Schwertgrubian one-shotten können. Und haben das Turnier ziemlich, ziemlich easy gemacht. Schauen wir uns jetzt mal das ultimative Turnier Z an. Und Octo, ich bin bereit. Zeig, was du für mich hast. Falls es nicht wichtig ist, guys, Octo Fluvia hat gemeint, dass die ganzen Arenen ultimativ schwer werden. Und ich habe gesagt, ja, Lücke. Take full easy. Und naja, Stand jetzt habe ich auch irgendwie recht gehabt. Oh, 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 damit habe ich nicht gerechnet. Bitte! Das kann nicht wahr sein, dass wir gerade... Bitte! Oh mein Gott, ich starte neu. Ne, ich starte neu. Wenn das schon so anfängt, dass ich keinen einzigen starken Treffer hinkriege, starte ich direkt neu. Ne, 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 ne. Kann ich dich auf mir sitzen lassen? Oh, wir haben das Item verloren. Ja, ich gehe das ganz kurz holen. Leide ich das raus? Ich glaube, lohnt sich gar nicht. Ähm, darf ich sagen, dass es ein Stück unfair ist, dass die Gegner alle schneller angreifen können, als wir... Ja, wir können auch einen normalen Angriff machen. Wir müssen ja nicht gleich den stärksten Angriff zünden, um jeden Gegner aus dem Leben zu feuern. Aber... Okay. Sorry. Dass ich auch nur zwei Sekunden daran gezweifelt habe. Vor allen Dingen, alles war so lila. Lila in der Touch. Und ich habe mega, mega Bock drauf. Wir haben wieder zwei Lebensleisten. Meine Nase juckt. Perfekt. Ja, genau, das meinte ich. Dass ich selbst mit einem... halb aufgeladenen Angriff relativ gut hier zurechtkomme. Ja, also schaut euch das an hier. Da wird König DDD erstmal komplett rausgenommen. So, was machst du? Du trost jetzt so Dinger, vor denen ich Angst haben soll, oder wie? Gar kein Stress. Oh, da wollte ich eigentlich ausweichen. Ich bin gesprungen. Das ist manchmal komplett das Game. Ich habe springen gedrückt. Und er war halt wahrscheinlich noch im Angriff. Okay, okay. Also man merkt direkt, es wird schwerer. Wir kriegen auch keine Komplettheilung mehr. Bin ich nicht so gut. Aber ich glaube, das wird. Das war... Das war gerade... Komplettung. Ja, was mache ich? Okay. Vielleicht erstmal Angriffsmuster kennenlernen. Ich habe doch da drauf gehauen, Mann. Wie oft muss ich denn springen drücken, bis er mal springt? Nächste Phase. Maybe down schon? Das kann nicht wahr sein. Jetzt. Nein, nein. Ich habe das Item verloren. Das ist so unfair. Das ist... Das ist... Oh, ich habe es doch noch. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe das Item noch. Ich dachte, ich wäre jetzt für immer verloren. Weil wir es nicht eingesaugt haben. Übertreib halt komplett. Wie werde ich getroffen, wenn er tot da liegt? Er ist down. Er auch. Wir taken aber richtig gut Damage, guys. Wir taken gut Damage. Auf ihn habe ich gar keinen Bock. Oder ist das das Gürteltier? Ich weiß es nicht. Wenn es das Gürteltier ist, ist gar kein Bock. Direkt schon mal erste Phase hinter uns. Okay, es war ab. Ah, komm. Spannend ist, wir können ihn in dieser Rollform auch treffen. Okay, komm, komm, komm. Können wir nochmal appreciaten, dass mein Stuhl immer noch kompletter Müll ist. So wie früher auch. Ist stressig. Ist schwerer. Man merkt es. Okay, aber er ist down. Huhu. Okay. Luffy. Mach mal weiter. Und ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Distanz gehen. Ich merke, es wird schwerer. Ich merke, es wird schwerer. Das ist... Ich rufe gleich und schmeiße dieses Spiel aus dem Fenster. Natürlich. Ich habe... Ah, okay. Ja, genau. Bist du bescheuert oder so? Seit wann macht er das? Ich weiß, es ist die schwierige Version aus dem Fergessland. Jetzt kommt eine Drehattacke. Also, das ist einfach unfassbar unfair gewesen. Ich konnte nicht drüber fliegen. Ich konnte nicht unten durch. Was hätte ich machen sollen? Also, das ist unfair. Okay, ich glaube, gegen den Baum habe ich eine bessere Chance. Ey, es sind noch sieben Kämpfe. Okay, ich schaffe das doch nicht. Warum probiere ich es überhaupt, Mann? Wie oft muss ich springen drücken, bis er anfängt zu springen? Was ein... Also, das ist komplett... Also, das ist komplett unfair. Das Labyrinth kenne ich aber schon. Dankeschön. Finde ich gut. Hey, du kriegst das so zurück, Mann. Du bist der hässlichste Baum, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Jede Form von Damage ist mir zu verschulden, war einfach dumm. Und jetzt? Kann das nicht mehr erkennen? Ist das wieder diese weirde Form? Die ultimative, letzte Form? Nein. Ach, das ist Bonkers. Hey, jetzt habe ich ihn auch getroffen. Wie oft... ...woll man denn... ...wie wenig Schaden nimmt sie denn? Okay, sie macht diesen Saugangriff. Okay. Aber wir haben ein gut Leben. Ich würde sagen, wir haben ein ganz okay Leben. Leben sind okay. Meta Knight. Okay, jetzt wird es schwerer, sagt der Waddle Dee auf der Seite drüben. Warum hat er eine eigene ultimativ krasse Animation? Also, noch eine andere. Weil er hat... Er hat das... Die einsame Illusion, Meta Knight. Das ist eine andere Form. Okay, wir haben einen komplett neuen Bosskampf. Interessiert mich ja gar nicht, was du... Interessiert mich überhaupt nicht, was du machst. Okay. Ich mach's gut. Hey, das ist ja Lägen. Ja, natürlich. Und ich steppe natürlich wieder rein. Okay, auf in zweite Phase. Okay, diesmal ist es Lava. Ja, verändert das das Spiel aber so krass? Ja, weil es einfach mehrmals attacken kann. Was machst du jetzt? Fliegen, fliegen. Fliegen, fliegen. Wir können ihn in der Luft treffen, er uns aber nicht. Der letzte Treffer war ein bisschen unnötig. Aber egal, wir haben ihn. An der Stelle. Ventilator an. Es wird verdammt heiß. Die Gegner werden immer stärker. Sammle kurz seine Kräfte. Wäre ich so geheilt vielleicht? Okay, das ist... Entweder ist das Leo oder... Nee, das ist... Das ist... D, D, D. Aber es sind nur noch vier Kämpfe. Also die Hoffnung ist da, dass ich es schaffe. Mit noch drei Lebensleisten und einer Heilung. Okay. Okay, was macht er denn jetzt? Was hat er für ein Angriffsmuster? Ähm... Oh, damn. Das hat wehgetan. Okay, er kommt mit seiner zweite Pause. Muss ich sagen, ging schnell. Ich wollte weglaufen, eigentlich. Ich habe daneben gehauen. Ich merke gerade... Ah, da kommt Lava, wo er steht. Okay. Er ist schwer. Vier Mal. Weil das auch Sinn macht, gell? Ah, nee. Fünf Mal. Und er darf in der Lava stehen. Ja, aber an der Stelle ist auch er down. Und ich auch. Er hat es noch immer drauf, Leute. Aber vom rosa Teufel haben wir auch nichts anderes erwartet. Ich nehme noch eine Heilung. Ist das Leo? Wieso treffe ich nicht? Hä? Ich schieße doch gerade aus. Also... Ich schrei gleich so laut. Wenn das jetzt vorne despawnt. Wenn das jetzt despawnt. Ich habe kein Item. Ich brauche mir nirgends dann. Kann man nur so unfassbar dumm sein wie ich. Und was ein Müll ist denn dieser Kampf? Gibt mir doch so einen Stern! Ich gehe gleich. Ich gehe gleich. Ja, ich kann hier nicht entkommen. Hier ist eine Ecke. Und wie viel Schaden mache ich? Ach so! Klar. Kein Problem. Nein, die Sterne sind unwichtig, Kirby. Ich war unter seinem Läser. Voll nicht los. Kann! Wieso springe ich's? Ist das dumm. Wieso ist der Laser einfach schneller als im normalen Game? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hast du jetzt mal wieder einen sinnvollen Angriff, bitte? Ich habe daneben geschossen, oder? Nee. Kompletter Müll! Wir bleiben aber, wir bleiben aber on point. Und wenn wir es nicht schaffen, dann halt nicht. Ich werde es kein zweites Mal probieren. Das ist kompletter Betrug und Unfair. Ich kenne seine Angriffe, nicht? Klar. Wieso triffst du... Kirby, du bist das hirnloseste Wesen, was ich je gesagt... ...gesehen hab. Stronger Move. Jetzt kommt wieder das hier. Wo ich immer noch nicht ganz verstehe, was die von mir wollen. Ich kenne dich. Strong Da Ich bin gesprungen Okay Ready fürs letzte Jetzt kommt noch Meta Nein, was? Das wird hier abgebrochen an der Stelle? Pff Ja, und was kriege ich? So ein billiges Drecks-Item-Bonkers Ey, das ist so unfair Das ist so unfair gewesen Ich bin ja nicht mal zu dem Item zurückgekommen Weil er die ganze Zeit perma gespammt hat Das ist unfair Ne, ich probiere es auch gar nicht erst mit einem Item Ich will es nicht mit einem Item probieren Wenn ich weiß, dass es so anscheinend stärker ist Da war ein Stern hinter dem Kippen Ja, einfach fliegen Ich bin doch nicht dumm Hä? Du vielleicht schon Achso, und in der Zeit kann er weiter angreifen Ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Phase Leider verfolgen mich zwei davon Wie oft du hier wirklich die Flugtaste spammen musst Interessiert mich das eigentlich nicht Ich kann über ihn wegkommen Das ist unfair Du hast ja nicht mal Zeit, diese dummen Sterne einzusammeln Es ist egal, wo du spawnst Du triffst mich nicht, du rot Jetzt kommt zwei Nein, nur einer Hier seht ihr das Die sind nicht mal eine Sekunde auf dem Feld Das ist, also Das ist so anders zum Originalkampf So anders Hat der sich geheilt Kann es sein, dass der Heslon sich noch heilen kann Hey, das bringt nichts Also in der Phase sind die Sterne einfach nur da, um zu trollen Geht dann wiederum nicht Seht ihr, wie viel Zeit ich hier habe, die einzusammeln? Mindestens zwei Sekunden Und sonst nicht mal eine halbe Hey, also das hier ist unmöglich Die hier einzusammeln Teleportiere dich fünfmal rum Und mach dasselbe wie die letzten Zwanzig Male auch schon Der heilt sich hoch Es kann nicht anders Er muss sich hochheilen Seht ihr was? Ich habe die eingesaut Das sind so Sterne Die sind einfach nur da, um zu zeigen Yo, es gibt Sterne Aber Die sind nicht dafür da, dass du sie einsammelst Die sind nur für den Scander Okay, zweite Phase Ah, genau Das sind die Schwerter, von denen ich geredet habe Oder was wir eigentlich hätten haben sollten Das ist low, der Angriff Der Angriff ist low Der ist wieder Doch, ich konnte einen einsaugen Ich konnte drei einsaugen Ich habe ihm richtig strong damage gemacht Ja, ich bin schon paralysiert Das ist mir egal Als ob das jetzt irgendwie Mein Spielerlebnis beeinflussen würde Außer, dass sich das halt immer so ein Stück weit dreht Er kann ja immer noch nix So Das ist ja das Traurige Hier sind wieder die Scam-Sterne Ja, okay, maybe Dass dir das vielleicht Schwer zum Ausweichen Okay, das hat auch ein ganz anderes Schema Wie es angreift Das auch Aber es ist so schön ruhig Jetzt kommen Two-Faces Nein? Hä? Doch, okay Tot Ohne groß Stress Die Sterne sind tatsächlich stärker Als alles andere vom Spiel Fluffy Du hast recht Aber es macht mittlerweile sogar wieder Spaß Ja, ich wäre richtig krass für eine Heilung Dankeschön Finaler Kampf Ja, jetzt kommt wieder der Bosskampf Und ich muss ein Item nehmen Einfach um irgendwie eine Chance zu haben Ich kenne das Ganze Das ist eine schwerere Version von ihm Das ist einfach eine schwerere Version Des Endbosses Wie viel Leben ziehe ich ihm ab? Gar nix Cool Okay, den Angriff kenne ich aber schon Da ist einfach nur zur Seite laufen die Devise Okay, den kenne ich noch nicht Wir machen so ein bisschen Damage Aber ich finde Das ist mir völlig egal, was du da machst Weil du deinen Angriff hochzündest Und nicht tief Stronger Angriff Ich gestehe Krasses Angriffsschema Ich muss ja schließlich auch ein bisschen objektives Bewerten machen Wieder in ihn rein Ein paar Mal Wie greifen die jetzt an? Liegen die die Wiese? Ja Perfekt Okay Kriege ich mein Item wieder Weil das dieses Attackierende Fliegen ist stark Ich habe aber tatsächlich Angst vor seiner zweiten Phase Weil Wie wir ja wissen Ist das einfach eine komplett neue Form von ihm Die wir noch nicht kennen Und ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder heulen soll Ey, wir machen strongen Damage aber ab und zu Was macht der? Was macht der? Ah, den Laser Okay, den kennen wir aber auch schon Ähm Durch diese Hypergeschwindigkeit Oh mein Gott Haha Nein Wir wurden doch noch gehitzt Okay Kann passieren Wenn er denkt, er könnte attacken Kann er aber nicht Wir sind Oh Ein Sternthrone Weil der macht auch gut Damage Zweite Phase No Please Gib mir mein Item wieder Wobei Item ist egal Wir haben gesehen Es geht auch ohne Item Es geht sogar ganz gut ohne Item Es geht ohne Item Es muss ohne Item gehen Nein, es muss nicht ohne Item gehen Okay Never Junge Nimm deine Tabletten Junge Entspann dich doch Natürlich Ich muss fliegen Nein, muss ich nicht Doch muss ich Jetzt kommt eine Heilphase Zu strong Es läuft so gut Ich sollte nichts sagen Aber es läuft wirklich gut Er kommt wieder mit seinem Laser Ne Was Da hätte man dann ausweichen Macht er wieder das hier Ich weiß nicht genau Was er damit bezwecken will Ey, aber okay Du kannst gerne deine Flugattacke machen Oder das hier Das fand ich auch nicht so bad Jetzt kommt Kometen Ich bin nicht weggeflogen Weird Aber okay Ich habe trotzdem Angst Dass wir es nicht schaffen Weil ich werde das nie wieder In meinem Leben probieren Okay, aber der war nicht so schwer Genau Fliegen Sehr schön den Damage genommen Nein Nein, was machst du jetzt Das muss ich tun Bitte Ich kann nicht noch schneller Meine Hand tut weh Nein 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 Da kommt nicht noch eine Phase Ich kann nicht mehr Und da werden wir auch schon Es muss ein Schema geben Die können hier nicht nochmal so einen kompletten Boss hinklatschen Aber sie tun es Aber sie tun es Ey, ich finde dieses Schema ist mega sick Das sieht visuell krass aus Was für automatische Spracherkennung Was laberst du Okay, guys Es hat aber Spaß gemacht Bis hierher zu kämpfen Ich will das Alte nicht mehr Ich schaffe das nicht Ich weiß, dass ich es nicht schaffe Schaut euch Schaut euch meine Leben an Ja, jetzt kriege ich meinen Gnadenstoß Stehen bleiben Die Devise Nee, ist es nicht Ich frage mich, was da im Hintergrund passiert Es muss ja irgendeinen tiefsinnigen Storygrund geben Ich fände es so cool Wenn das gescriptet wäre Und jetzt einfach abbricht Oder so Was willst du von mir Was Okay, guys Hey Es hat Spaß gemacht Ich empfehle es euch nicht zu machen Wenn ihr eine Herausforderung sucht Macht es Ich werde das Spiel nicht zu 100% abschließen Weil ich diesen Kampf nicht machen werde Vielleicht gibt es danach noch eine Final Cut Die schauen wir uns dann im Stream an Und wer euch das Ganze gefallen hat Zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung Und wir sehen uns dann im Kirby Stream Bis dann Ciao, ciao Leute Bis dann